Ich mach mein Ding, mach dein Ding, mach dein Ding. Hey, was geht ab? Ich bin das Bo. Ich bin das Bo und hab grad mein neues Album Dumm aber Schlau fertig. Und das könnt ihr jetzt downloaden mit Nokia Comes With Music. Und wie das geht, zeig ich euch jetzt. Nokia Comes With Music ist das, worauf ihr gewartet habt. Eine Musik-Flatrate. Das heißt, mit Comes With Music könnt ihr ein Jahr lang so viel Musik herunterladen, wie ihr wollt. Und könnt. Denn ihr könnt aus über 5 Millionen Songs im Nokia Music Store auswählen und einfach alles, was euch gefällt, auf euer Handy oder PC herunterladen. Zum Beispiel alles von das Boot. Das Beste daran ist, ihr könnt alles, was ihr runtergeladen habt, für immer behalten und immer wieder hören. Und immer wieder hören. Und immer wieder hören. Das will ich auch, denkt ihr jetzt wahrscheinlich. Und ich verrate euch, wie es geht. Denn das Geheimnis steckt in diesem Koffer hier. Wollt ihr ohne Ende Musik downloaden, so viel wie ihr in einem Jahr schafft, dann holt euch eins dieser Nokia Comes with Music Handys. Das Nokia 5800 Express Music, das Nokia 5630 Express Music, das Nokia N95 8 GB oder das Nokia N79. Ihr könnt jeden Song, auf den ihr Bock habt, auf euer Handy und oder PC laden. Und ich zeige euch mal, wie das geht. Also erster Schritt, Nokia Music installieren. Kundenaccount anlegen und schon kann der Spaß beginnen. Ihr loggt euch hier oben ein. Geheim worden nicht vergessen. Und, bitte sehr, jetzt müsst ihr nur noch wissen, was ihr wollt. Ich würde mal vorschlagen, das Bo. Mein eigener Film, die aktuelle Single. Wie ihr seht, stehen hier gar keine Preise. Denn Flatrate ist das Schlagwort. Ganz genau. Ihr zahlt nicht für die Songs und auch keine monatliche Gebühr, sondern einfach nur ein Nokia Comes with Music Handy kaufen und schon seid ihr mittendrin im Paradies. Um den Song jetzt runterzuladen, einfach hier auf den Pfeil klicken und fertig. Hier seht ihr den neuesten Song von das Bo. Den könnt ihr per Drag & Drop noch auf euer Handy ziehen und dann unterwegs anhören. So einfach ist das. Genauso einfach funktioniert der Download unterwegs, direkt auf euer Handy. Einfach mit eurem Account bei Nokia Music einloggen und so viel runterladen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auf einer Wiese entspannt rumliegen und chillige Musik downloaden. Oder ihr seid an der Bushaltestelle und es wird nicht mehr langweilig. Oder ihr steht in der Schlange vorm Club und habt die Dance-Hits schon dabei. Oder, oder, oder. Natürlich könnt ihr auch alles, was ihr aufs Handy runtergeladen habt, auf den PC überspielen und andersrum. Also unterm Strich ist es eine ganz schön heftige Sache. 5 Millionen Songs, jederzeit downloadbar, keine Extrakosten. Ihr könnt die Dinger behalten. Was will man mehr? Also probiert es aus. www.kampfwithmusic.de Ich bin dabei. Und jetzt macht es gut. Ich muss hier mal wieder Hits machen. Hits, Hits, Hits. Ich mach mein Ding. Ich mach mein Ding. Mach dein Ding. Das ist genau mein Ding. Ich mach mein Ding. Mach dein Ding. Ich mach mein Ding.